Hallo, ich bin Carsten in Rating und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Endlich mal wieder draußen. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute mal wieder auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Die heutige Etappe führt uns vom Grünen See nach Ratingen-Homberg. Ja, und hier am Wegesrand gibt es dann die Nachbildung eines alten, eiszeitigen Gehüftes. Das schaue ich mir jetzt mal an. Ist mal wieder schönes Wetter. Endlich kann man mal wieder raus. Musik 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 Jetzt sind wir hier auf eine Höhe aufgestiegen und ganz weit hinten im Hintergrund kann man von hier aus sogar noch einen Tower vom Düsseldorfer Flug haben. Und das ist dann ganz schön, dass wir hier auf dem Düsseldorfer sein dürfen. Musik 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 Also landschaftlich ist die Etappe ja auch wieder ganz schön. Aber kurz vor Ende der Etappe muss ich mal wieder unter einer Autobahn drunter her. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass wir heute saugeiles Wetter haben. Ich bin heute mal wieder durchgelaufen. Irgendwie war mir das Wetter heute so schön, irgendwie konnte ich heute nicht anhalten. Bin jetzt in Homberg angelangt. Das letzte Stück der Etappe geht über einen Wolfplatz. Ich muss jetzt nur noch zum Auto zurück. Mir hat es heute echt gut gefallen. Endlich mal wieder raus gehen. Die letzten zwei Wochenenden hatte ich keine Möglichkeit dazu. Ich habe jetzt noch so, ich schätze mal 500 Meter zum Auto. Und bedanke mich fürs Reinschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.